In einem Land, fern von diesem Lande, jenseits der Weißen Berge, da wartet auf dich die Zarenkrone. Wer bist du? Ich bin jeder jeden Töte, der die Weißen Berge nur betritt. Stell mir ein Rätsel, das mich scheitern lässt. Dann ist der Weg für dich frei. Hallo, mein Name ist Kilian Beer und ich... Ich bin Schauspieler am TÖTG. Ich habe heute mal mega viel Zeit gehabt, deswegen habe ich mit meiner Rolle Farmer Drachensohn aus dem Stück der Starke Banya telefoniert. Ich habe mit dem telefoniert? Ja, 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 ich habe mit dem telefoniert und der hat mir dann im Anschluss noch ganz viele verrückte Videos geschickt. Der alte Rätselkönig, ich zeige die euch mal. Film ab, film ab! Machst du mir einen Kaffee? Du wagst es dich, mich Farmer-Sachensohn um einen Kaffee zu bilden? Oh, ich habe doch nur ganz lieb gefragt. An einem Rätselkönig, an einem runden Tisch ist eine unbestimmte Anzahl von Personen. Ein Teil der Personen sagt schlicht die Wahrheit, der andere Teil lügt. Immer. Jeder am Tisch behauptet, die Person neben ihm sei ein Lügner. Eine Person steht auf und sagt, es sitzen 23 Personen an diesem Tisch. Die Person neben ihm steht auf und sagt, das ist eine Lüge. Es sitzen 30 Personen an diesem Tisch. Wer von ihnen sagt die Wahrheit? Antwortest du richtig? Mach ich dir einen Kaffee. Antwortest du falsch? Ich werde ich, Farmer-Sachensohn, dich verschleppen! Ich warte. Ich weiß es nicht! Dann darf ich jetzt passieren? Die Lösung. Die Lösung noch. Ich brauche die Lösung, sonst explodiert der Kopf. Ich kann es nicht... und ich brauche die Lösung. Aber als coloured hibern werden. Nachdem sollen sie in meinen Saal mit mir legislativestellen. Sagst Sie, mir Arwell, ich sage das,